Das geht doch nicht! Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Mann, Mann, Mann. Nee. Nein. Weiter! Weiter! Wo? Wo bist du denn? Weiter! Wo? Kommt hier! Siehst du, ich muss mit dir reden. Ich bin hier. Was willst du von mir? Du weißt schon, warum es geht, oder? Ja. Meinst du der neue Freund von unserem Tod? Ja, genau. Der ist weiß. Und ein Deutsch. Der hat keinen Respekt. Der hat bei meinem Namen genagt. Ich bin nicht ein Freund. Ich bin der Vater von seiner Freundin. Ich weiß. Er muss dich Papa nennen. Und dich Mama. Das stimmt. Er ist nur Käse. Käse, Brot. Käse, Brot. Das geht nicht. Das ist dein Totter. Du bist schuld. Ich rede mit dir, aber ich bin nicht schuld. Das ist nicht meine Schuld. Weißt du? Ich liebe meine Mutter. Ich will nicht sie verlieren. Sie hat ihren eigenen Kopf. Mach keine Sorgen. Ja? Ich rede mit dir. Weißt du? Du musst den Käse aller verstricken. Okay. Einverstanden. Kein Käse mehr. In dieser Reihe. Okay? Er kriegt kein Käse mehr. Ja? Kann Käse? Kann Käse? Kann Käse? Vielen Dank.